Zehn Gegentore hat er erst kassiert, das sind zum jetzigen Zeitpunkt, wie das Vierermittelfeld agieren soll, ob in einer Linie oder in einer Raute, toller Reflex von Vrilja. Jetzt hat es funktioniert, sehr schön weitergeleitet von Susic, der Jemi Berischer, das ist seine Position und das ist das 1. Das war Mohamed Begovic und das war Rieger, der Rest ganz neu. Das gibt Nuzovic. Und das ist das 3 zu 0. Jetzt ist es schon eher eine Trainingseinheit für die Salzburger. Und es gibt die nächsten Elfmeter. Der Jemi setzt sich gegen zwei durch. Auf Salzburger Seite noch kommen wird und dementsprechend werden die Salzburger nicht. Versuchte... Der Jemi mit der Antritt. Achimero. Ach, der Jemi, schön gespielt, schön gespielt. Ach, der zweite Abschluss, nicht so zum Blauensteiner. Zwei gegen Null, zwei gegen Null. Und das ist das 5 zu 1. Das ist nebelig ist mit der rosa-roten Brille. Da spielt von Steinwender, Vorteil. Kolter, Kolter. Was hat der für einen Antritt? Er hat für weitere vorbereitet. Am schönsten war dieser Treffer, den er für Sobuslei mit herausgespielt hat. Gibt es noch was?